Hallo ihr Lieben, ich bin Marien Apitz, Zuspielerin bei den DSC Volleyballerinnen. Ich freue mich schon auf die neue Saison, die im Oktober endlich wieder losgeht. Ja, und jeden Tag kann ich meinem Beruf, meiner Leidenschaft, meinem Hobby nachgehen. Ich steige morgens aus dem Bett aus, ab geht's in die Halle. Laufen, springen, Richtungswechsel, das alles gehört mit dazu. Doch nicht jeder hat dieses Glück. Ich konnte im vergangenen Jahr mitverfolgen, wie der DSC und auch Katharina Schwabe sich für Kenny und Ricky engagiert haben, einen Spender zu finden. In die Wissenschaft, da muss noch viel investiert werden. Du und auch ich, wir können aber dennoch helfen. Wir können teilnehmen am Spendenlauf in Pesterwitz. Dieser findet am 13. August statt. 10 Uhr geht's los durch die Wälder von Dresden. Ja, und Sport verbindet, das sage ich immer so schön. Also seid dabei und helft den Kindern, die nicht laufen können. Genau, und bis dahin genießt den Sommer und die kleinen Dinge im Leben. Ciao, eure Marien.